Hallo und herzlich willkommen zum Schnelleinstiegstutorial zu Photo in Paint 4, der Objektentferner von BHV. Photo in Paint 4 ermöglicht es Ihnen, Personen oder störende Objekte aus Fotos zu entfernen, ohne dass eine weiße Fläche oder Lücke zurückbleibt. Dabei kommen Sie nicht in die Verlegenheit, sich in aufwendige Fotobearbeitungsprogramme einarbeiten zu müssen, sondern kommen bei den Startfunktionen mit wenigen Klicks zum Ziel. Kommen wir zu unserem ersten Projekt. Sie haben ein wunderschönes Panoramabild geknipst, es stört Sie aber das Fernglas in der Mitte des Bildes. Bei der Entfernung gehen Sie wie folgt vor. Drücken Sie den Markerbutton oben links und malen Sie das Objekt, das zu entfernen ist, komplett aus. Drücken Sie jetzt den Startbutton, alles andere erfolgt automatisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017